Hallo zusammen! Mein Herz wird so weit, es ist Frühlingszeit. Ja, jetzt merkt man es, dass langsam Frühling wird. Am Morgen werde ich wach, weil die Vögelchen pfeifen. Wenn ich in den Wald gehe und spazieren gehe ich den Uiui-Vogel. Kennt ihr ihn nicht? Der Uiui-Vogel. Der Uiui-Vogel ist ein spezieller Vogel. Der hat so kurze Beine und so ein länges Geschlechtsteilchen. Und immer wenn er über Baumwipfel fliegt, macht sie Uiuiuiuiuiuiuiui. Und beim Landen macht sie den Uiuiuiuiuiuiuiui. Der Uiui-Vogel. Es ist Frühlingszeit. Mein Herz ist so reinges. Ich wünsche euch einen schönen frühlingshaften Tag! Uiuiuiui! Untertitelung. BR 2018